So, willkommen Freunde zu Kapitel 10, der Fall des Icarus. Wir gucken jetzt mal, wer hier weiterkommt. Ich weiß gar nicht, ob das das letzte Kapitel ist. Kapitel 10. Was ist gar nicht? Hier ist noch ein Brief. Wir sind ja von dir gekommen. Ah, hier kommen wir lang. Alles klar. Rose, I need you down here. Now, first on the right side. Go! Gehen Sie die Treppe runter. Wo ist hier eine Treppe? Gehen Sie die Treppe runter und treffen Sie Teslas. Ich sehe ja gar nicht die Treppe. Das ist der Fahrstuhl. Nein. Ich sehe, du schluss, Sie sind die Treppe. Rose! Oh, end! Take me. Geh me, oh. Ich bin, ich bin. Tie! Ich bin, ich bin. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Oh, das ist ein Problem. Gehen Sie mit. Oh, das ist ein Problem. Warum nimmt sie nicht den durch und der... Hold the switch, Krohn! Hold the switch, now! The hole over my head. Nooo! You have to go! I have to go now! The rear elevator rolls, calm down! Come down! Wait a minute, the rear seat is on the seat. They go down. They say the seat. They're on the stairs. I'm not leaving without them! On the table! On the table! On the table! I'm not leaving. Okay, I'm going to go down. I'm going to go down. The aidan is so funny, I'm going to swing by the side. Letzten Notaufzug. Super. I'm going to go down. I hope, we're coming here. It's a nice story with Happy End, if we couldn't do it. If we couldn't do it. If we couldn't do it. I thought it was good. I thought it was good. It's never going to end well. If we can play the seatbelt. Rose, are you okay? I'm just 10 meters with the seatbelt. I hope it's good to go. The tower is about to fall. You need to move. What about you? Are you still up there? Don't worry about me! Just go, Rose! Go! Just keep running forward! What? So, off geht's. Jetzt doch mal schnell weg hier. Treppe hoch. Hier rum. Hier rum. Bis hier rum. Hier rum. Geradeaus. Die Treppe hoch. Ja. Rechts rum. Links rum. Geradeaus. 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 Hier dran vorbei. Oh. Ich glaub wir haben's gleich geschafft. Das ist ja heftig. Ich hoffe das Vieh jetzt nicht hinter uns hinterher. Ja. Nein. Ich hol lieber ab. Das ist ja heftig. Mit der Teslas Privatquartiere machen wir das mal. Da lacht sie selber. Spin the globe to access the hidden elevator. It will take you down to my evacuation, son. Go! Oh nein. Oh, Jungs, jetzt reicht's aber irgendwie mal. Hätte sie ihn ja mal anfunken können und sagen können, ey. Hey, das hat nicht hingehauen mit dem Fahrstuhl. So, hier können wir nicht lang. Und hier sind wir ja gekommen. Es muss noch einen anderen Weg geben. Oh, hier ist noch ein Flur. Bloß weg hier. So, ich stehe jetzt noch hier drunter lang. Jetzt schickt mir alles um die Ohren. Und hier ist jetzt noch ein Flur. Ich stehe jetzt noch ein Flur. Ich stehe jetzt noch nicht. Ich stehe gleich wieder. So, ich stehe jetzt noch ein Flur. Was sind wir hier? Ja, hier trägt mich. Ich muss mich ja mal wieder zurück. Ich muss Pflanzen einen anderen Weg geben. Wir brauchen einen anderen Schalter oder so. Hier ist einer. Hier ist auch einer. Die gehen aber genauso. Nehmen wir mal den zuerst. Den dann. Das hat auch keinen Sinn. Das ist gleich eine gewisse Feinsfolge. Wenn wir den nur umlegen. Das bringt auch nichts um den zuerst. Das ist ein Happy Life. Okay. Probieren wir mal. Den hier dann. Der schaue gar nicht hin. Den hier wahrscheinlich wieder zurück. Der war schon richtig. Den zuerst. Den hier nochmal ab. Wo er wieder funktioniert. Jetzt machen wir zuerst den hintersten. Den hier. Super. Ich frage den hier und dann den anderen. Da werden wir ja sehen. Klar scheint es funktionieren. Das heißt wir können die Treppen betreten. In diesem Fall wirklich mal Treppen. Und nicht wie ich das immer sage zu Leitern. Also eine Leiter ist eine Leiter. Eine Treppe ist eine Treppe. Oh das ist ja nochmal. Krass. So der hat ja hier ein Bücherregal der Tester. Ah. Ist das der? Ah. Boah ich mich hier dafür erschrocken. Ich dachte eben okay da geht ein Bücherregal auf oder so. Und nehmen Sie Rettungskapseln und fliehen Sie von den Helios. Das ist mein Ticket aus hier. Let's go. Dann komme ich ja dauerhaft durch. Ich habe ja nicht. Ob der Ritter uns mal was abgeschaltet oder so. Hier ist schon die Rettungskapsel. Ich habe mir jetzt komplizierter vorgestellt. Aber vielleicht ist es jetzt nochmal lieber. Das ist eine gute Frage. Was fragst du denn richtig? Oh ich hoffe wir werden kochen. Das ist das Problem was ich schalten drücken muss. Ne ne. Komm zu. Oh. Oh. Geschafft. Auf jeden Fall im Wasser. Oh wir scheinen es geschafft zu haben. Oh. Miss Archer. Miss Archer. Miss Archer. Is the research safe? How did... Nevermind. Yes. It's right here. Why? The research. I understand it now. They hold the keys to everything. We can bring her back. We can bring her back. We can bring Ada back. Okay das wird wahrscheinlich dann irgendwann mal im zweiten Teil kommen. Und ich glaube das Ding ist am Eimer. Da kommt keiner mehr raus. Freunde wir haben es geschafft. Wow. Wie geil war das denn? Episches Ende. Sehr viel Stress. Sehr viel Kopfschmerzerei. Aber. Super geil. Geiles Game. Close to the sun. Merkt euch das. Kauft es euch. Lohnt sich. Richtig richtig geil. Ja. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin. Lasst mal ein Abo da. Like und Daumen da. Ihr sollt nicht Daumen da lassen. Nicht das mir halt per Post schickt. Ne macht mal einen Daumen nach oben. Und ein paar Kommentare wie ihr das Game fandet. Oh. Spricht grads grad her und so. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.